Hi Freunde und Willkommen zu einem neuen Call of Duty Video hier auf meinem Kanal und zwar zocken wir heute eine Runde Team Deathmatch und ja diese kurz vor der Goldtarnung uns fehlt ja nicht mehr viel bei der Titan wir sind schon hier bei Technik und wenn wir die drei hier noch haben dann haben wir halt Gold und dann noch Diamant machen und dunkle Materie richtig geil und hier Alter ist für mich bis jetzt eine der geilsten Tarnungen Alter richtig Hammer okay gut haben wir geändert legen wir los jetzt nehmen wir den ja Frequency aber die Spots die ich herausgefunden hatte Alter richtig nice ihr könnt da so schnell leveln und eure Serien holen also eure Killstreaks das ist echt der Wahnsinn Mann aber ihr dürft nicht vergessen Alter nicht da rum cremmen sondern ihr holt euch da ein paar Abschüsse ab nimmt dann was ein und geht dann wieder dahin oder sucht euch einen anderen Spot noch ja das ja läuft dann richtig gut ne dann legen wir mal los und das ist doch Double Double Event das heißt Doppel XP und doppelte Schwarzmarkt Punkte richtig geil so könnt ihr schneller eure Stufen erreichen aufstocken und zurück in den Einsatz oder diese Tarnung ne einfach mega Gucken wir mal ob wir heute was reißen können ich weiß das ja nicht ach so ja und so Anfang Januar ne Anfang Februar kommt dann halt eine neue PlayZ und zwar die ProGlide damit es dann gleich noch ein besseres Videoerlebnis ist für euch Alter wie der da wieder kämpft ja ich war aber auch total verähmt ey Mann so macht das doch kein Fun wir haben die Kontrolle übernommen 1 10 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 5 4 4 5 Ja, noch abgeworfen. Shit, aber er ist noch durchgekommen. Fuck. Das wär's gewesen. Den hole ich mir. Alter, der pusht mich. Der pusht mich. Und hat trotzdem verloren. Hahaha. Lappen. Verdammt. Hätte ich weiter drauf gehalten, hätte ich alle drei gehabt. Das wäre ein schöner Dreifachabschluss gewesen. Ein Abschluss. Plaster ist bereit. Den haben wir. Sehr nice. Den haben wir auch. Äh, äh, äh. Ja, ja, ja. Sehr schön. Wir müssen vorsichtig agieren. Achtung. Feindlicher Taktiker. Ein Pushing kriegt jetzt gar nichts. Da wir keine Einsicht gerade haben, wo der Gegner sich befindet. Fuck. Seht ihr, das meine ich. Toll. Und schon ist die Streak im Heimer. Ja, die kommt ein bisschen spät. Okay. Komm. Wow. Und das war's rock. Der Stacheldraht ist weg. Toll. Toll, Alter. Mieser Abfuck. Und wieder ist die Street im Heimer. Hm, das hätte ich wahrscheinlich auch noch verdienen. Clustergranate. Viel Spaß. Feindlicher Taktik. Einstiegsmarker online. Hey, Jacks. Ausgestattet. Das war's für Sie. Verdammt. Ich wollte schnell in Sicherheit gehen, um nochmal nachzuladen. So ein Scheiß. Blöder Hund, Alter. Cluster ist einsatzbereiter. Immer von hinten, Alter. Immer von hinten wird man geholt. Was ein Abfuck. Aha. Feindlicher Taktik. Einstiegsmarker online. Feindlicher Taktik. Einstiegsmarker zerstört. Ich wusste es. Wäre ich doch mal stehen geblieben. Was ein Scheiß. Voll in die Eier, Alter. Bam, für den war ich das. Wir haben es fast geschafft. Mach den Deckel drauf und erweig sich. Bam, für den war ich das. Da ist einer. Clustergranate ist einsatzbereit. Kommando, Blöder Hund. Und überlebt das ganz auch noch. Alter. Yeah, nice. Geile Runde, Alter. 14,12 Mann. 1er KD. Very nice. Läuft doch. Ja, Freunde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, natürlich kostenlos. Aktiviert die Glocke, um kein Bio 4 Content mehr zu verpassen. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Haut rein. Hier ist es ein Spielbuchster ein- Ich sage dir vielts, diegehenne wollen. Ich freue mich auf mich. Wir sehen uns. Osten. đầu wzənd. Etwa Greenberg Matters.